Stand up! Stand up for your ride! Moin! Hardboards sind teuer. Wird immer wieder gesagt, es geht los bei 1500, 1600 Euro und von da aus nach oben keine Grenze. Das einzige, was an diesem Satz richtig ist, ist der zweite Teil, nach oben keine Grenze. Weil ich kann mit edelsten Materialien arbeiten, aber nach unten ist dieser Satz gänzlich falsch. Wir haben auf dem Markt, jetzt für uns hier im Shop, schon mal mindestens vier Bretter gefunden, die für unter 1000 Euro oder um die 1000 Euro zu kaufen sind. Also für euch, nicht für uns. So, und diese Bretter bewegen sich alle im Allround-Bereich. Ein bisschen Allround, Allround Wave, Allround Touring, aber immer im Allround-Bereich. Es geht los bei diesen Brettern bei 899 Euro und das teuerste liegt, ich glaube im Moment beim VK bei 1099. Also im absoluten Bereich von ISUPs. Und diese Bretter, die stelle ich euch jetzt kurz vor. Das ist Nummer 1. Die Firma heißt Honu, kommt aus Australien. Eine Firma, die aus dem Wellenreiten kommt und daher wahrscheinlich auch über ihre Zulieferer entsprechend qualitativ gut bauen kann. Ein Brett mit 165 Liter Volumen, natürlich jetzt nicht gerade für den 100-Kilo-Menschen geeignet, aber wunderschön gearbeitet. 9,8 und 29,5 Breite machen das Brett sehr Allroundig. Es hat eine eindeutige Welleneignung. Man erkennt es, dass hinten der Rocker sich zuzieht, einen sogenannten Tailkick hat. Ein ideales Brett, das geeignet ist zum Cruisen und zum Abreiten von Wellen so bis 1,5-2 Meter. Läuft auch schon auf leichter Dünung. Wer also einsteigen möchte in den Hardboard-Bereich, in den SUP-Bereich und ein bisschen den Fokus hat Richtung Welle, bewegten Wasser und sagen wir mal in der Gewichtsklasse als unerfahrener Paddler von maximal 70 Kilo liegt. 70, 75 Kilo hat hier ein Brett, mit dem man schön cruisen kann und auch später mal in die Welle gehen kann. Für schwerere Paddler ist dieses Brett als Einsteigerboard nicht unbedingt geeignet. Dazu hat es ein bisschen Volumen. Immer daran denken, man kann ein Hardboard mit weniger Volumen fahren als ein ISUP. Die liegt einfach an den Kantengebungen, das heißt die Kanten sind schon fast im Wasser, wenn man drauf steht. Sollte Bewegung reinkommen, entsteht sofort Auftrieb. Das Brett ist oben komplett mit Bambus, eine wunderschöne Optik, gibt es in unterschiedlichen Farben. Beim Händler mal nachfragen, was es kostet. Bei uns zur Zeit im Shop für 949 Euro und jetzt sagt, das geht nicht, es geht. Bleiben wir bei Honu. Der größere Bruder. 10 Fuß, 30,5 Inch Breite. Gleicher Preis, etwas gemäßigter, eindeutig mehr aufs Cruisen ausgelegt. 180 Liter. Geeignet für einen ambitionierten Anfänger bis ungefähr 80 Kilo. Bei einem schon erfahrenen Paddler bis ungefähr 90, 100 Kilo. Auch eine Welleneignung, etwas gemäßigter, etwas weniger Tailkick hinten. Vollflächlich im Standbereich ein griffiges Pad. Auch hier das Ganze mit komplett im Deck mit Bambus versehen. Gleicher Preis, 949 Euro. Auch unterschiedliche Farben noch erhältlich. Ein wunderbares Brett für leichtere bis normalgewichtige Paddler, die ein erstes Hardboard suchen. Nun ist es nicht nur eine Firma, die in diesem Preissegment arbeitet. Es sind mehrere. Norden hat zwei seiner normalen Shapes als sogenannte Schulboards ausgelegt. Oder Softdecks. Eigentlich für den Schulbetrieb gedacht. Aber nur für den Schulbetrieb an sich viel zu schade. Der gleiche shape wie der Big Diamond von Norden als Softdeck-Variante. Der ist breiter als die Hunos. Ist etwas mehr Volumen, aber nicht viel. Er liegt immer noch unter 200 Liter. Auch für Wellen mit geeignet. Aber ein wunderschönes Aroundboard zum Cruisen. Hammer, der Preis. Er liegt bei 899 Euro. Ein ideales Brett funktioniert aus unseren Events, die wir gemacht haben, sehr gut bis zu einem Körpergewicht von ungefähr 100 Kilo. Auch bei Anfängern. Wenn natürlich ein bisschen Gleichgewichtsgefühl da ist. Das gleiche Konzept. Dann arbeiten wir direkt Board 4 noch mit ab. Und wir kommen noch zu einem fünften. Das gleiche Konzept gibt es von dem 11er Touring. Kostet dann 949 Euro. Wir haben den neuen 11er Touring getestet gegen den Standard Touring. Haben keinen Unterschied festgestellt. Der Standard ist etwas leichter. Aber das ist an sich auf dem Wasser definitiv nicht zu spüren. Also zwei Bretter von Norden unter 1000 Euro. Einmal der Big Diamond als Around-Brett mit leichter Wave-Eignung. Und der Touring als Flachwasserbrett bis leicht bewegten Windwellen. Auch hier, es geht doch. So, aber nicht nur die kleineren Marken machen so etwas. Nash hat auch eine Linie drin. Und zwar den Quest Softdeck 9-8. Hört sich jetzt kurz an. Ist aber ein sehr breites Board. Ausreichend Volumen. Ein Cruiser. Also auch wenn er Malibu-Shape hat, er ist definitiv nicht für die Wellen geeignet. Kleinere Windwellen abbreiten, minimalen Ostsee, Swell, wenn er noch reinkommt. Okay. Aber er ist ein klassischer Cruiser. Sehr breit, sehr kippstabil. Vorne auch noch Platz für Kind und Hund. Dieses Brett kostet nach Liste 1199. Liegt also Nash-typisch etwas drüber. Über den 1000 Euro. Aber immer noch nicht zu viel. Meine Erfahrung ist, da dieses Brett zum Beispiel viel im Verleih eingesetzt wird und im Schulungsbetrieb, dass man ihn auch ohne Probleme in einem Bereich von knapp über 1000 Euro erstehen kann. Entweder ein, zweimal benutzt oder als gebrauchtes Brett. Aber er ist sehr robust verarbeitet. Ausreichend breite. Und ist vom Shape her identisch mit dem Standardboard von Nash, das dann allerdings 1499 Euro kostet. Eine echte Empfehlung. Lustigerweise nicht immer allzu häufig in den Shops zu finden. Dafür eher in Schulen und Verleih. Aber immer zu bekommen und zu bestellen. Im Zweifelsfall, wenn ihr euren Händlern ein bisschen fragt. Ihr habt gesehen, wir haben uns hier in Brettern bewegt, die im mittleren Preissegment von ISUPs sich bewegen. Und wir haben hier 100% vollwertige, egal, auch mit Holzoptik oder Bambusoptik, die Bretter und alles in diesem Bereich. Wenn wir natürlich in den längeren Bereich reinkommen von 12,6, sind natürlich die Verarbeitungsprobleme höher. Aber das Problem kennen wir von ISUPs auch. Je länger, umso aufwendiger die Steifigkeit herzukriegen, ist nicht ganz so hart das Problem bei den SUP-Boards. Aber es sind Bretter, die ab 900 Euro als SUP-Hardboard also zu bekommen sind. Und dieses Argument, ein SUP ist immer gleich irgendwo bei 1500 plus, ist absolut verkehrt. Ihr müsst nur euren Händlern fragen. Ich bin sicher, jeder Händler hat Bretter aus diesem Segment auch bei sich im Laden. Und viel Spaß auf dem Wasser.